Im Jahr 2013 bin ich aus Kroatien nach Deutschland gekommen und habe hier bis 2016 als Berufskraftfahrer gearbeitet. Dann habe ich eine Umschulung zum Steuerfachangestellten gemacht. Das hat insgesamt zwei Jahre gedauert. Zuerst ein Jahr Theorie, dann ein Jahr Berufspraktikum. Mein Praktikum habe ich bei Aureen gemacht. Aureen war eine Empfehlung von der Leiterin des Weiterbildungsinstituts. Sie hatte schon sehr gute Erfahrungen mit Aureen gemacht und meinte, das wäre die richtige Kanzlei für mich. Seit Oktober 2018 bin ich bei Aureen fest eingestellt. Meine Übernahme war für beide Seiten schon im Praktikum klar. Mich woanders zu bewerben, habe ich gar nicht gedacht. Deutsch habe ich als Kind in Kroatien in der Schule gelernt und auch, als ich in den 90er Jahren für vier Jahre lang als Kriegsflüchtling in Berlin gelebt habe. Als ich dann nach 20 Jahren zurück nach Deutschland gekommen bin, war ich schnell wieder drin in der deutschen Sprache. Das Beamtendeutsch und die Gesetzestexte waren schon herausfordernd für mich. Ich finde das aber gut, weil mein Deutsch dadurch gehobener geworden ist. Ich arbeite im Team Mandantenbuchhaltung, spezialisiert auf die Immobilienbranche. Ich betreue mit anderen Kollegen zusammen hauptsächlich große Immobilienunternehmen mit Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Mein Aufgabenfeld ist sehr breit und vielfältig. Von der Finanzbuchhaltung und vom Jahresabschluss bis zum Zahlungsverkehr. Die Steuergesetze ändern sich ja ständig. Das macht meine Arbeit spannend und ich lerne wirklich jeden Tag dazu. Als ich noch im Praktikum war, hatte ich ein Problem. Das hatte mit meiner Arbeit nichts zu tun. Die Geschäftsleitung und meine Teamleiterin haben mir auch dafür Unterstützung angeboten. Das schätze ich hier wirklich sehr. Dieses Entgegenkommen und diese Hilfsbereitschaft. Wenn ich Aureen vergleiche mit dem, was meine Kollegen bei der Umschulung erzählt haben, dann sind wir in der Digitalisierung weit vorne mit dabei. In meinem Bereich arbeiten wir schon vollständig digital mit Dativ-Unternehmen online. Das Leben hier im Raum München ist nicht billig. Das weiß auch unsere Geschäftsleitung. Aus meiner Sicht wird gute Arbeit hier gut entlohnt. Ich habe zwei Töchter. Die Umschulungsphase war damals schon stressig. Jetzt ist es leichter und angenehmer. Die Gleichzeitregelung hilft mir, mehr Zeit für meine Familie zu nehmen und wichtige Termine wahrzunehmen. Gerade plane ich meine Weiterbildung zum Steuerfachwert. Mit der Geschäftsleitung habe ich bereits über mein Vorhaben gesprochen und Aureen wird mich dabei unterstützen. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwann Steuerberater zu werden. Wenn man schon lernen will, warum sich nicht hohe Ziele stecken. Ich will neugierig bleiben. Ich habe sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten, sehr nette Arbeitskollegen, ein freundschaftliches Verhältnis zu meinen Vorgesetzten. Ich lerne ständig etwas dazu. Ich habe interessante Aufgaben und es ist sehr entspannt bei uns. End-Serie Untertitelung des ZDF, 2020